Hallöchen und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Project Blackout mit der P90 heute. Die Shade-Tag habe ich leider nicht und die andere Sniper auch noch nicht. Noch nicht, weil ich glaube ich schon Level 4 oder so bin und insgesamt braucht man glaube ich nur Level 5. Da spekuliere ich ein bisschen. Gucken wir mal, wer so online ist. Irgendeiner, den ich nicht kenne. So, welches? Vielleicht Messer. Ich habe zwar nur die M7, aber damit bin ich ganz gut. Oder Shotgun. Haben wir hier vielleicht noch ein Shotgun-Match, welches ein Deathmatch ist? Port Akaba. Da könnte ich einfach mal, komm, da join ich jetzt einfach mal. 2-2 steht es auch. Das heißt, es ist früh am Anfang. Und ich werde mit der Anfangs-Shotgun spielen zuerst und vielleicht steige ich auf die andere um. Die habe ich, glaube ich, für QTI. Also die M1887. Das hört sich immer so komisch an. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ob das irgendwie so ein Mod ist oder was weiß ich. Ich suche noch nach Heckio. Oh, das hier ist diese, das hier ist diese coole Event-Shotgun. Bam, tot. Ja, geiler Sound auf jeden Fall. Die, die ich bisher nur gespielt habe, wenn Gegner eben gestorben sind, das war schlecht. Warte, ich muss mich anders positionieren kurz. So, und der will sie ja auch nehmen. Ich weiß gar nicht, wie man die freischalten kann. Wahrscheinlich nur PTS. Mit PTS, also die Sachen, die man sich durch Events zum Beispiel bekommen kann, aneignen kann. Ich habe hier auch Granaten. Gut. Das wäre auch gar nicht so schlecht hier. Ich spiele damit mal kurz. Damit kann ich auch so ein bisschen snipern. War in einem Sniper-Match provisorisch eingerichtet von mir und ich bin tot. Ja, äh, was wollte ich erzählen? Mit der Waffe, glaube ich, irgendwas. Naja, PTS. Ach ja, durch Events oder eben, wenn man sich das kauft, käpt man ja auch. Oh, die will ich haben. Aber vorher muss ich gucken, ob hier der Man-Stopper mich nicht stoppt. Und dann nehme ich sie mir mal auf. Und ich muss mich immer jetzt ein bisschen mehr konzentrieren. Weil ich sehr schnell dazu neige, abgelenkt zu werden. Denn! Und dann hätte ich dich nicht umgebracht. Und dich nicht! Ah, doch nicht. War nur Helmet, leider. 3-3 steht es. Ah, na gut. Kann nur besser werden. So. Die werfen wir mal weg. Dann werfe ich hier mal eine Granate rein. Die habe ich schon lange nicht mehr abgefeuert. Das ist natürlich meistens immer auf Verdacht. Manchmal aber, wenn ich Gegner sehe. Vor allem, wenn Verbündete gerade gegen Gegner kämpfen. Wenn der Kapital eine Granate hin, dann wird es auch eigentlich in den meisten Fällen einen Treffer geben. 3-4 schlecht momentan. Aber es kann sich nur verbessern. Oh, da kommt gleich einer. Aber. Nö, doch nicht. Der hat sich wieder umge... Hat sich umgekehrt. Umgedreht. Bam. 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 Und es gibt viele Bereiche. Wow. Wow. Schlecht, Alter. Da können sie zum Beispiel durch Türen durchschießen. Deswegen kommen da viele falsche Eindrücke. Zum Beispiel, du bist eine Borale oder so. Gut. Weiter geht es hier. Hallo. Und... Wow, ich bin gleich tot. Ach so. So ist das gewesen hier. Diese Hinterlistige. Mein Mausrad ist außerdem total beschädigt. Wer ist denn weg? Okay. Ah. Dammit. 5, 6. Ganz schlecht. Ah, ich nehme jetzt mal die andere kurz. Die wird jetzt meine Main-Waffe hier sein. Ich dachte... Ich dachte, mein Kollege schaltet den da aus. Der ist ja auch nach rechts gegangen. Habe ich dir mal vertraut? Und dann servisieren. Min Shay. Nee. Sind alles die anderen schuld. Da. Oh Gott. Ich treffe hier gar nicht mehr irgendwie. Ich hoffe, ich habe den Upload abgebrochen. Den ich vorhin angesetzt habe. Das war, glaube ich, Sniperghost. Varium. Lade ich da gerade hoch? Oder habe ich hochgeladen? Viele, viele Parts. Die ich aufgenommen habe im Voraus. Morgen werde ich ein neues Let's Play anfangen. Aber morgen ist so eine, naja, Relativ-Aussage, beziehungsweise eine Aussage, die sehr ungenau ist. Weil dieses Video wird ja irgendwann erscheinen. Ich habe nämlich noch nicht mal den davorigen Part veröffentlicht. Ich fau da... Was soll das denn hier? Man-Stopper hier. Nee, das PC-Commander. Mann, ruhig da. Ein hässliches Gesicht habe ich jetzt weggebohnt, weil es hässlich ist, ja. Oha. Ich weiß nicht. Oh. Oh. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Ich laufe jetzt hier einfach mal kurz lang. Ich werde gleich sterben. Oder aber schade. Ich kauere so gern immer bessere Waffen, die ich leider nicht zur Verfügung habe. Momentan ist es natürlich so ein Event. Jeden Tag, wenn man sich einloggt, bekommt man eine Waffe geschenkt. Oder aber auch eine Maske oder so. Wenn man Glück hat... Aber dieses Glück hatte ich noch nie in der Shade-Tag. Manchmal ist es wirklich nie gesichert, wie lange man eine Waffe bekommt. Manchmal nur einen Tag. Manchmal nur... Sogar eine Stunde nur. Manchmal aber auch sieben Tage. So, acht Minuten geht das noch. Zehn, elf. Schlechti, schlechti. Boah, der leckt da aber nicht schlecht. Die lege Kudu. Ich will mal hiermit auch gleich meine Skills beweisen, indem ich damit gleich einfach sterbe. Das gibt es doch nicht. Ich treffe die Leute gar nicht mehr. Gerade! Hallelich. Gibt es da eine Tür? Bam! Headshot. Immerhin. Oh, an die Stelle kann ich mich gut erinnern. Es gibt ja natürlich den Modus All vs. Ne, All Challenge oder wie das hieß. Da sind hier überall die Bots. Und man muss sich nur so positionieren, dass man trifft so gut wie immer. Mit dem Kopf. Äh, mit dem Kopf trifft man vor allem. Man trifft mit dem Kopf den Gegner. Mhm. Sehr schlau heute wieder. Ich bin einfach ein schlauer Hecht. Ja, und auf jeden Fall, äh, habe ich da irgendwie 200 Kills gemacht. Ich übertreibe natürlich. Ne, es war nur 100. Am Ende. So viel Zeit bleibt gar nicht. Man muss immer darauf achten, die Gegner, die la- äh, die rennen. Und dabei hört man sie. Eventuell, wenn man gut hinhört. Und ich werde jetzt vom Menstrufer gleich umgebracht, glaube ich. Oder? Bam! Und? Er ist runtergesprungen. Boah. Der eine verfolgt mich. Der eine verfolgt mich. Boah, ich hänge fest. Boah! Who are you? Rob124 in YouTube steht doch da, Mensch. Mensch, der Typ, ey. Das ist behindert. Hm, danach gehe ich nochmal in ein Match. Das werde ich ruhig in diesem Part machen, auch wenn dann der Part wieder total lange hochzuladen dauert. Ist mir egal. Dann werden wir danach nochmal ein kleines Match machen. Dann geht das Video ein bisschen länger eben. So, bam. Wegwerfen damit. Brauche ich nicht hier. Ist ein Shotgun-Match. Der P90 bin ich zwar gut, aber die Sniper, das ist... Das ist mein Element quasi. Aber man ist auch teilweise bei den Gegnern, zum Beispiel in manchen Matches, da ist man auf die Verbündeten auch angewiesen, weil die laufen vor und dann kann man im Hinterhalt schön snipern und keiner fokussiert sich auf dich. Das ist eigentlich sehr, sehr entspannt. Und gib mal die... Ups. Äh. Ja. Es gilt der Skill. Und Headshot, Headshot, Chainkiller. Huch. Das Bass ist so weak. So schwach. Naja, gut. Ich weiß schon, wie das definiert ist. Im Sinne von... Ach, das ist so eine Noob-Waffe, weil die... So eine gute Fläche beschädigt... Töte... Alter, ich bin so... Verdammt. Immerhin 23, 15. Das ist gar nicht so schlecht. Schlecht, aber gar nicht so schlecht. Ich glaube, die Map ist wieder rausgenommen worden. Diese Halloween-Map, die erstellt wurde, ganz nice, fand ich tatsächlich. Headshot. Schlecht. Gut. Naja, gucken wir gleich mal. Schlecht. Es. Wahrscheinlich hat er ja keine Ammo mehr. Sprich Munition. Boah, das war... War das hell mit? Ich glaube, ich habe den Kopf getroffen. Könnte aber auch Einbildung sein. Na, der wartet da und lauert mit das Bass. Doch, ich. Bam. Hahaha. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Oh. Ja. Bitte was? Ja. Schlecht. Von mir wieder. Ich bekomme den Gedanken nicht los, dass irgendwas leckt hier. Weil die Gegner stehen irgendwie anders positioniert. Sodass sie eigentlich gar nicht aus dem Winkel treffen könnten. Rob, you are a noob. Hm. Thank you. Warte mal, ich schreibe mal thank you. Thank you. Very much. Hallo. Fire in the hall. Au. Das hat wehgetan. Menstopper. Ich muss ehrlich sagen, ich finde ihn gut. Ich sage nicht, dass er ein Noob ist. Ich finde ihn ganz gut. Ein Anfänger heißt ja eigentlich Noob. So ein Neuling. Auf Deutsch ganz milde übersetzt. Wenn man es dann aber hier so jetzt aufs Spiel bezieht, heißt das einfach, du alter Hurensohn, du Sack. Hund einer Mutter. Hund einer Mutter. Manstopper. Huch. Die Bombe habe ich nicht gesehen. Wollte mir auch nicht angezeigt, weil ich oben war. Und außer, lol. Loser. Noob. Hm. So. Oh, der geht da aber ab hier mit seiner Secondary. Ich herf die mal hier hin. Da, wo ich getötet wurde. Und jage ihn da hin. Ist aber anscheinend schon... Boah. Jetzt versage ich hier gerade. 30, 21 aber. Ich schreibe mal kurz Why Noob. Kurz und knackig schreibe ich Why Noob. Ähm. Habe ich die Waffe weggeworfen? Ne. Ne, ne, ne. Hoffentlich steht da oben einer und guckt und hält lauer nach Gegnern aus. Ich werfe da mal eine schöne Granate oben rein. in den Salat. Bringt natürlich wieder mal nichts. Sehe dich, Commander. Okay, er ist tot. Oh. Was gibt's doch nicht, ey. Hat er was geschrieben? You suck. What I suck. Oh, ich hab den gleichen Rechtschreibfehler wie er gemacht. Feuer in den Hallen. What I suck? Komm schon, antworte. Schade, hätte ich ihn getroffen, wäre es richtig geil gewesen. Also, den Manstopper. Boah. Gut, dass Fenty Fire hier ausgeschaltet ist. Oh, warte. Schade. Ich hab ihn getroffen, aber. Tod. Ähm. Yes, Nob. Er schreibt gerade nichts. Bitte schreib deine Antwort. Was, was sauge ich? Ach, der Devil hat geantwortet. Ach so, weil ich ihn mit der Granate gekillt hab. Na gut. Irgendwie. Was ist denn hier los? Ich versteh's nicht. Wär schon crazy irgendwie. So, werfe ich mal weg. Und dann gehen wir wieder auf die Lauer. Da kommt gleich wieder einer. Boah. Das mach ich manchmal, äh. Gerade wenn man zum Beispiel Messer-Match oder so macht. Dann. Boah. Dann rennt man einfach und wirft eine Granate. Zum Beispiel, so wie ich's gemacht habe. Und dann macht man zum Beispiel Masskill mit drei, drei Leuten, die man gedötet hat, zum Beispiel. Hm. Verstehst du? Oh, jetzt sagt er wieder, ja, you are so a Noob. What? Oh, he survived. 35, 25. Ich überlege noch. Mach ich? Nein, komm. Mach ich. Wird das Video vielleicht... 40 Minuten oder so lang. Weiß ich nicht. Oh, Alter. Der ratzt der Junge mich einfach weg hier. Feuer in the Hall. Feuer in the Hall. Feuer in the Hall. Okay. Granate fliegt jetzt da hin. Super. Jetzt werfe ich irgendwie gerade alles weg. Da kommt gleich einer, glaube ich. Ah ja, da ist er. Oh. Nice. Und wieder, who are you getötet? Aber da... Scheiße. So was mache ich zum Beispiel, ne? Wirfst einfach in... Gehandgemengel rein. Da, wo sich Leute bekriegen. Und dann stirbt da auf jeden Fall eigentlich immer einer. Komm her, komm. Nein. Jetzt geht er runter. Das gibt's doch nicht. Ach, schade. Vorbei. Aus und vorbei. GG. Ich geh mal hier raus. Zack. Noch ein Shotgun-Match. Wär nicht so toll. Tagesmission auch erledigt. Manchmal springt da dann Shay raus. Manchmal eine andere Waffe. Bisher nur einmal rausgesprungen, leider. Training Camp. Da gibt es viele, die Snipern. Vielleicht hab ich Glück und erwische da gerade. Gerade ein, Alter. Wenn das Match jetzt hier 30 Minuten geht, dann wär's heftig. Ich hoffe, das geht so gesunde 10 Minuten noch. Alles da drü... Ready? Achso, ne, gut. 8 Minuten. Wunderbar, das passt doch. Wird doch nicht ultra lang. Und wir liegen zurück. Das gefällt mir. Ich geh am liebsten in... Ich geh... Boah, verdammt. Ich geh am liebsten in Teams, die zurückliegen. Boah. Geiler Skin. Boah. Knapp. Huch. Fammers. Chain Headshot. Geiler in die Halle. Geiler in die Halle. Doah. Schade. Hatte ich ihm mal was geschrieben wieder? Nö, dieses Mal nicht. Es gibt auch ein paar Videos auf YouTube. Da werde ich... Da... Da... Heißt es, ich bin ein Hacker oder ein Waller. Läuft einfach so ein Typ rum. Ups, ich laufe gegen die Wand. Ey, der wohlt. Geiler in die Halle. What? Shit. Ah, da hab ich doch extra hier auf den Kopf gezielt. War eigentlich perfekt zum Headshotten. Aber anscheinend war es kein Headshot leider. Und wieder ein bisschen konzentrieren. Bisschen ruhiger. Ich bin ein bisschen erkältet. Deswegen schnaufe ich vielleicht öfters mal. Verdammt. Wer hat sie mich erwischt? Die ist gar nicht so schlecht. Die ist auf jeden Fall sehr, sehr... Handling stark. Also moved echt nicht schlecht. Also da kann man sie eher schon seltener treffen. Ich weiß gar nicht, hat sie eine Sword Rival? Also so eine... Eine Auge vielleicht sogar. So, ich schleife mich mal wieder hier nach oben. Boah! Geh weg, Lady! Ach, vielleicht treffe ich sie. Nein, doch, ich hab sie getroffen. Aber es hat mich für den Tod gereicht. Schade, schade. Schokoladen. Und wandle, bitte. So, nein. Nein. Da war einer. Da oben auch. Oh Gott, das war schlecht von mir. Mann, das gibt's doch nicht. Ich versage hier gerade. Ich versage hier. Bin komischerweise trotzdem auf Platz 1 hier. Ich versteh's nicht. Warum? Weil ich total schlecht gerade bin. Irgendwie immer, wenn ich aufnehme. Ich weiß auch warum, weil ich einfach unkonzentrierter bin. Man muss eigentlich schon relativ konzentriert sein und... Ich mag die nicht mehr. Hm, das ist eine komische Waffe. Das ist auch so ein... Das ist auch eine SMG. SMG. Bam! Stirb. Doa, oder wie du heißt. Mich erwischt. Aber jetzt. Nein. Dann stirbt sie einfach. What? Was war das denn jetzt, bitteschön? Ich versteh's nicht. Der Typ hat mich erschossen, obwohl ich tausend Jahre auf ihn drauf gezielt habe. Jetzt steht's nur noch 8, 7. Gut, jetzt konzentriere ich mich gleich kurz mal. Also jetzt. Hä? Ich schnall gerade gar nichts mehr. Ich zieh die ganze Zeit auf den Kopf, aber ich... Boah, das gibt's doch nicht. Ich schieß da... Und die klauen mir die Kills. Alter. Es leckt gerade enorm. Ich fass es nicht. Boah, gerade leckt's. Es läuft nicht flüssig. Boah, der... Die überleben aber auch immer. Die überleben eh mehr. Am Ende werde ich noch von der erschossen hier. Oder von... Ah, ist das doch behindert gerade. Das leckt gerade richtig... Ich glaube ich... Ich lecke auch. Also nicht nur das Spiel gerade, sondern irgendwie auch meine Internetverbindung ist gerade... Ich weiß es nicht. Ist ganz skurril. Boah, hallo. Jetzt reagiert's wieder. Gerade ist es irgendwie geflußt. Das ist nicht ganz so toll. Aber es soll keine Ausgabe sein, dass ich hier gerade versage. Ich nehme eigentlich in 60 FPS auf. Es sollte eigentlich nicht lecken. Oh, hier sind überall so leichte Ziele. Das gibt's wirklich. Was ist denn hier los? Der Wurm ist drin. Der Wurm ist drin. Ich kann nicht mehr zielen. Irgendwie als hätte ich eine... Okay, guck. Die längen hier alle gerade voll. Hm. Vielleicht hat PB gerade auch irgendwie Probleme. Ich nehme. Ich hätte jetzt gerne hier eine Shadehacker. Dann würde ich richtig aufräumen. Diesen ganzen Müll hier beseitigen würde ich dann. Was? Das ist so unlogisch. Wieso geht die Granate denn nicht da durch? Das hätte schon lange ein Headshot sein sollen. Endlich. Endlich. Und dann auch noch gegen Du... Where the fuck? 16, 13 plus 3 aber immer noch gemacht. Ich glaube, wann war der letzte Part, wo ich Minus hatte? Gab es schon mal so ein Part? Ich muss mich gerade selbst loben, weil ich... Nee, wirklich. Das regt mich auf, dass ich so schlecht bin. Das macht mich traurig. Schon wieder ein Helm in der Form. What? Hier geht irgendwas Skurriles ab. Irgendwas. Was ich nicht erklären kann. Was ist denn? Bestimmt verliere ich gleich mit Minus. Wenn es so weiter geht. Ich verstecke mich jetzt einfach nur noch hier. Und mache einfach gar nichts. Das sollte ich machen. Der Wurm ist gerade drin. Noch ein paar Sekunden. Komm. Eigentlich kann ich noch mehr machen. Nein, nicht gegen die. What? Alter. 16, 16. Ja gut, am Ende ist schlecht. Ich hoffe einfach, dass am Anfang, dass ihr den ersten Part noch gesehen habt und beim zweiten weggeschaltet habt. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Part von Pb.